Und dann gibt es dort die Autotürme. Die Autotürme sind so ein Zwischenlager, also weil aus der Fabrik fallen am Tag 4000 Autos raus oder sowas in der Größenordnung und ein Großteil wird verschifft, aber der Teil, der dort ausgeliefert wird, muss dort zwischengelagert werden. Also gibt es halt diese Autotürme, so 40 Meter hohe Türme und da werden halt die Autos von so einem Roboter reinsortiert. Und das ist so relativ niedlich anzusehen, weil der halt die ganze Zeit arbeitet. Also alle paar Sekunden fällt ein Auto aus dem Werk und dann wird das halt in den Turm sortiert. Und als Attraktion haben sie dort, du kannst selber in so einen gläsernen Klotz einsteigen und wirst dann wie ein Auto nach oben sortiert. Genau. Also der gläserne Klotz ist halt einfach so ein autogroßes Glaszimmer mit Autositzen drin, wo du dich auch anschnallst. Und das steht halt einfach da, dieser Klotz. Und du kommst halt da rein, dann kommt dieser Arm und nimmt diese Kabine wie halt ein Auto und fährt das halt richtig. Also es gibt halt ganz oben, ganz unten gibt es die Einstiegsding, ganz oben gibt es die Ziel, also ein Zielregalfach mit einem weiteren angeschlossenen Glaszimmer, wo man halt dann reingeht, damit keiner da runterfällt in diesem Turm. Und was ein bisschen witzig ist, du fährst halt dann hoch in diesem Turm und der, 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 der Führer, der, wie heißt denn das? Also der Typ, der dich da halt begleitet und dir erzählt, wie toll das alles ist, der hat Kontrolle über den, per Joystick über diesen Arm, kann den Arm also hoch und runter und links und rechts fahren und der kann sich so um 180 Grad in diesem Turm drehen, weil das sind zwei Arme. Und dann macht er tatsächlich ein bisschen mit, was haben sie denn bestellt? Und dann sagt der nächste in GTD in schwarz. Und dann sagt er, gucken wir doch mal, wann haben sie die Abholung? Ja, so in zwei Stunden. Ja, dann steht der sicher noch hier, weil die GTDs stehen alle in dem Turm. War halt Zufall. Und dann fährt er rum und sagt, ah, hier ist einer, ist das ihrer? Er hat, hat der Radkappen drauf oder Stahl oder Alufelgen? Ja, Alufelgen. Ja, dann ist das unsere. Ist ja super. Freuen sich total. Hat er, freut er sich ja auch, dass er jemanden eine Freude gemacht hat. Hat er den GTD vorher schon mal gesehen, wie er in dem Turm steht. Fährst du hoch und hast halt dann oben irgendwie 15 Minuten Ausschauzeit. Und das ist, das System ist, also natürlich irgendwie, also die haben da Platz für vier Türme und zwei haben sie bis jetzt gebaut irgendwie. Und dort kommen über ein Schienensystem die Autos aus dem Werk reingefahren und werden dann von dem Roboter da drauf geschubst und halt tatsächlich drauf geschubst. Die Autos stehen auf ihren eigenen Reifen und werden halt so ein bisschen wie in einer Waschanlage dort reingeschoben und wieder rausgezogen. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also es funktioniert einfach. Die kommen von selbst, also ohne, dass da jemand sonst was dafür tun muss. Die sind halt in der Fabrik fertig, dann werden sie automatisiert zu diesem Turm gefahren, kommen dann auf so einem Förderband an und dann kommt dieser Roboterarm an und der hat so eine relativ abgefahrene Technik, wie er halt die Räder greift. Dann fährt er unten rein, klappt sich so fest an diesen Rädern, hebt dieses Auto leicht an und zieht es halt zurück. Also er hebt es nicht mehr richtig an, sondern er zieht es halt dann zurück. Und dann am Schluss landet er halt irgendwie an seinem Fach und schiebt dieses Auto wieder auf seinen eigenen Rädern in diese Ablage rein und dann steht es da halt, bis es wieder abgeholt wird. Es funktioniert halt. Das war so super, super Hightech, um dieses Auto von einem Werk bis zur Auslieferung rüber zu fahren, zu verkürzen. Und dann braucht jemand 90 Minuten, um ein Kennzeichen hinzuschrauben. Na, Moment. Aber sag mal, haben die was dazu gesagt, warum sie das machen? Ist das wirklich irgendwie platzsparend? Ich meine, so ein Praktikant, der am Ende des Bandes irgendwie ein Auto entgegen nimmt oder auf den Fahrplatz fährt. Ja, ja, also A, musst du es überdacht haben. Du brauchst in diesem System, du hast wahnsinnig wenig Platzverbrauch, weil du brauchst keine Fahrwege, um dieses Auto da hinzubekommen, sondern du hast halt ein Regallagersystem. Und ich weiß nicht, wie viele stehen pro Turm drin? 400. 400? Für 400 Parkplätze, die du befahren kannst, da brauchst du schon echt viel Platz. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig sparsam. Und das Ding funktioniert halt immer. Also, das ist schon Endzeit, oder? Ja, total. War das nicht auch in irgendeinem Bondfilm, dieses Ding? Das ist ja auch wieder eine Matrix. Ja, ja, die Matrix-Dinge und dann bei Futurama die Grab, die Gräber, die hochgestapelt sind. So, ja, sieht's aus. Ja, aber das ist ganz interessant zu sehen, wieso dieses Monster von Fabrik so sehr viel automatisiert irgendwie vor sich hin tut. Und, ja, das ist irgendwie interessant zu sehen. Insgesamt sehr viele Mitarbeiter auch für die Autostadt, also was da so an Leuten rumsteht. Also, Wahnsinn. Also, wirklich, du kannst, glaube ich, keine 20 Meter gehen, ohne nicht jemanden zu finden. Und das sind auch, du kommst in so ein Pavillon rein und es ist nicht so, als stehen die da, boah, sprich mich bloß nicht an. Und du kommst rein, du wirst von drei Leuten hintereinander begrüßt und es kommt ab und zu auch jemand von Bayern und sagt, kann ich Ihnen irgendeine Frage beantworten? Und an dem Eingang sind irgendwie, obwohl kein Schwein da sind, sitzen vier Leute und hier und da. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute, die allein in der Autostadt für diesen, wir kümmern uns um die Besucher eingestellt haben. Aber, also, da ist, glaube ich, das halbe Bundesland beschäftigt. Also, echt krass. Ja, also, das kann man sich mal anschauen. Das ist ganz nett.